Der Ozefer Friedhof Also in einem Buch über den Ozefer Friedhof las ich folgende Einleitung. Der Ozefer Friedhof ist keine düstere Totenstadt. Er ist kein Ort, der den Lebenden die eigene Endlichkeit drohend vor Augen führt, sondern ein großzügig angelegter Park, kein exklusiver Platz für Tote und deren trauernde Angehörige, sondern immer auch ein Ort für Lebende. Hier haben wir Gustav Gründgenz, Schauspieler, Regisseur, Intendant bei den Hamburger Kammerspielen, Deutsches Theater Berlin, Deutsches Schauspielhaus Hamburg. Er starb während einer Weltreise in Manila. Ein paar Schritte weiter, da haben wir Ida Ehre. Die war auch Schauspielerin und Intendantin der Hamburger Kammerspiele. Philipp Otto Runge war neben Kaspar David Friedrich der bedeutendste deutsche Maler der Frühromantik. Annika Rhee hat gelebt von 1885 bis 1933. Sie war eine deutsche Malerin der Avantgarde in der Weimarer Republik. Also Alfred Lichtwag war Kunsthistoriker und Pädagoge. Also hier haben wir Fritz Schumacher, Architekt und Baudirektor. Also muss ich ein bisschen mehr ausholen. Er war also nicht nur Architekt, er war Stadtplaner. Er war Baubeamter, Hochschullehrer, Oberbaudirektor, Förderer der neuzeitlichen Backsteinbauweise. Seine Bauten sind das Museum für Hamburgische Geschichte, die Finanzbehörde am Gänsemarkt, Grundbuchhalle mit Amtsgericht und Landgericht, 30 Schulen, unter anderem die Gelehrtenschule des Johannäums, das Krematorium hier auf dem Olzerwer Friedhof. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir hier eine Sächeltanne haben. Oho. Ja. Also ich kenne auch nicht so viele Bäume, aber die habe ich mir gemerkt. Nein, nein, ich will ja nicht kokettieren. Ich wollte nur da sagen, die erkenne ich immer wieder, weil die einzelnen Nadeln wie eine Sächel aussehen. Dieser und vor allem der hier, ein Hamburger Räder und eine der bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten in der Zeit des Deutschen Kaiserreiches. Er machte als Generaldirektor die HAPAG zur größten Schifffahrtslinie der Welt. HAPAG ist die Abkürzung für Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft. Seine bewegende Lebensgeschichte wird bei Wikipedia ausführlich beschrieben. Hier nur ein paar wichtige Angaben. 1901 ließ Albert Ballin auf der Elbinsel Veddel Massenunterkünfte für tausende Auswanderer errichten, die aus ganz Europa jede Woche in der Stadt ankamen. 1914 ließ er die Bismarck vom Stabe laufen, das damals weltgrößte Passagierschiff. Er starb 1918 durch eigene Hand. Er konnte den vollständigen Verlust seiner Flotte durch die Enteignung nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg nicht verkraften. Ja, das ist jetzt Inge Meisel, war verheiratet mit John Olden. Das sind hier die Feuerwehrgräber. An dieser Stelle befand sich früher eine Sandkuhle des Dorfes Olsdorf. Der Name sagt ja, dass es ein Dorf war. Die holten hier ihren Sand. Und 1953 wurde mit der Einrichtung dieses Grabfeldes begonnen. Und seitdem, ich weiß nicht, ob da immer noch Beisätzung stattfinden, kann ich nicht sagen. Seit seiner Gründung verfügte der Friedhof mehr als 40 Jahre lang über eine eigene Wasserversorgung. Wind, Gas, Petroleum und zuletzt benzinbetriebene Motoren pumpen das Wasser aus mehreren Brunnen, anfangs auch aus dem Nordteich, den wir noch gleich besuchen werden, in unterschiedliche Wasserspeicher. Zwei von ihnen, von den Wassertürmen, existieren noch. Wir kommen jetzt zum Garten der Frauen. Also der Garten der Frauen ist eine Gedenkstätte bedeutender Frauen. Getragen, gepflegt, erhalten, finanziert vom gemeinnützigen Verein seit 2001. So, aber wir sind hier an der Erinnerungsspirale. Hier ist übrigens Dominika zu sehen. Naja, sie wird hier auch beigesetzt sein. Ja, die hieß Anita Niehoff, eine Prostituierte. Aber sie setzte sich auch für andere Frauen sehr ein. Johanne, Henriette, Marie Müller. So, mit einem Korb voller Zitronen zog Zitronenjette durch Hamburgs Straßen und Kneipen. Sie war arm und lebte vom Verdienst der verkauften Zitronen. Viele ihrer Kundinnen und Kunden hauten sie übers Ohr. Kaum jemand machte sich darüber Gedanken, was man Zitronenjette seelisch antat, wenn sie zum Gespött der Straßenjugend wurde, die grölend hinter ihr herlief. Also hier ist Hans Albers, Bühnen- und Filmschauspieler. Der Sohn eines Schlachtermeisters aus der langen Reihe in St. Georg. Spielte nach dem Ersten Weltkrieg zunächst den Ganoven in zahlreichen Stummfilmen. Bis er 1928 von Max Reinhardt entdeckt, als blonder Hans Karriere machte. Seine Filme Münchhausen, Große Freiheit Nummer 7 und Das Herz von St. Pauli werden noch heute gespielt. An der Trauerfeier beteiligten sich 10.000 Menschen. Um Gottes Willen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017